Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory und einer sensationellen Lego-News-Folge. SENSATIONEL! Ich freue mich wirklich, das hier aufzunehmen. Fangen wir aber erstmal Stück für Stück an. Ich habe gerade hier auch die neuen Interna-Jones-Sets da. Ein Review dazu wird im Kühlze folgen. Die sind jetzt auch verfügbar, genauso wie der neue Land Rover, die Guardians of the Galaxy-Sets und einige GWPs. Habe ich auch nochmal alles in der Infobeschreibung verlinkt, falls ihr darüber nachdenkt, irgendwas davon zu kaufen. Dann starten wir mit den Star-Wars-Sets. Das erste ist jetzt kein großer Kracher. Für das, was es ist, finde ich, haben sie es aber sehr solide umgesetzt. Das hier ist ein riesiges Brickheads-Star-Wars-Pack mit direkt fünf Stück dabei. Luke Skywalker, R2-D2, Lando Calrissian, Wicked und Prinzessin Leia sind hier für 40 Euro enthalten. Die werden aus 549 Einzelteilen zusammengesetzt und es ist natürlich wieder ein Set zum Return of the Jedi Jubiläum. Ich finde es besser als jetzt den zehntausendsten Hund als eigenes Brickhead-Set. Dann gibt es jetzt auch den ersten Lego-Star-Wars-Jedi-Tempel aller Zeiten. Okay gut, das ist jetzt ein absoluter Tiefpunkt. Da müssen wir jetzt kurz durch. Es lohnt sich aber. Das ist ein 4-Plus-Set, welches sie jetzt vorgestellt haben. Der Teno-Jedi-Tempel. Ich kann euch nicht erklären, warum man dieses Set hier jetzt umsetzt. Es basiert auf der Young-Jedi-Adventures-Serie. Da gibt es schon so ein paar kleinere Filme auf YouTube und irgendwas kommt wohl dann auch noch auf Disney+. Man muss auch fairerweise zugeben, dass die Minifiguren hier relativ einzigartig aussehen. Ich habe auch schon mit Markus gesprochen, der fand die Figuren-Teile ganz cool. Meister Yoda hat hier einen neuen Mold bekommen. Für so ein Random-Set könnt ihr ihn auch einmal in so einen neuen Mold machen. Ich kann euch das wirklich nicht erklären. Vermute mal aber, dass dieser Mold von dem Yoda dann auch irgendwie in dem neuen Yodas-Jedi-Star-Falter auftaucht, den wir ja demnächst dann auch erwarten können. Die anderen beiden sagen mir jetzt hier nichts. Wie bei einem 4-Plus-Set üblich ist natürlich alles bedruckt. Aber so viel kann man da jetzt halt auch nicht dran machen. Falls ihr Kinder habt oder so und die mit Star Wars schon was zu tun haben, schreibt mir gerne mal, ob das eine Überlegung für euch wäre. Man braucht aber einen großen Geldbeutel für das Teil. Jetzt haltet euch fest, 124 Teile verkauft Lego hier für 43 Euro. Ich glaube, ich brauche dazu nichts mehr zu sagen. Kommen wir zu wesentlich schöneren Dingen. Ich habe ja letztens schon ein Video darüber gemacht, welche Sets uns in der großen Sommerwelle erwarten dürfen. Jetzt haben wir noch weitere Informationen zu den Sets-Nummern, die noch offen gewesen sind. Fangen wir direkt mit einem krassen Set an, der 75354. Promobricks hat hier jetzt weitere Informationen geteilt. Es dürfte wohl auch so bzw. sehr ähnlich. Dann werden wir uns das jetzt hier vorstellen. Es soll ein Republic Gunship sein. Was eine krasse Sache. Ich weiß, wir haben das UCS Gunship noch auf dem Markt. Das hier wird aber eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Es soll nämlich ein Spiel-Set-Gunship sein. Das letzte kam aus 2013. Hatte damals 1175 Einzelteile dabei. Das neue soll 1083 Teile dabei haben und eine UVP von 150 Euro. Es ist ein bisschen teurer. Es sind weniger Teile. Finde ich schade. Kommt aber dann natürlich darauf an, wie groß die Teile sind und sonst was, ob das dann cool aussieht. Preis ist natürlich schon mal viel zu hoch von Preis-Teil-Verhältnis. Ich glaube aber, dass viele wohl doch in die Versuchung kommen, das zu kaufen. Es soll nämlich hier Palpatine in einem roten Gewand dabei sein. Also in seiner Clone Wars Version quasi. Clone Commander Fox und zwei Coruscant Shock Trooper. Die letzten beiden sind ja auch schon wahnsinnig teuer geworden. Und eigentlich auch eine neue Padme Amidala Minifigur. Also das hört sich so dermaßen cool an und es wäre natürlich dann wahrscheinlich auch ein Set basierend auf Clone Wars. Finde ich überraschend, dass es nicht auf Episode 2 basiert. Aber ich will mich nicht beschweren. Beim nächsten Set muss ich euch eine kurze Spoiler-Warnung geben. Kann sein, dass die Inhalte aus der Ahsoka-Serie vorweg gegriffen werden. Ich habe die Serie nicht gesehen, keine Sorge. Ja, seid jetzt gewarnt. Es soll die 75357 eine Ghost werden. Mit 1394 Einzelteilen und fünf Minifiguren. Mega, macht auch nochmal mehr Vorfreude auf die Ahsoka-Serie, dass das dann halt so ein Crossover mit Rebels sein wird. Es soll hier Hera Syndulla dabei sein. Ihr Astromech Chopper. Der Mon Calamari Technica Quarry. Heras Sohn, beziehungsweise auch der Sohn von Kanan. Und eine andere Figur noch, die offen ist. Mega, dass sie davon ein Remake machen. Ich weiß, viele von euch dürfen das Teil nicht kennen. Aber wenn ihr euch die Preise im Internet mal anguckt, das Teil wird gerade für sehr, sehr viel Geld gehandelt. Dazu kommen aber noch zwei weitere Soka-Sets. Die erscheinen trotzdem. 170 Euro sind aber leider auch hier wieder eine krasse Ansage. Die 75359. Der Republic Swamp Speeder. Der war ja schon vorher bewusst. Jetzt soll er aber wohl wirklich kommen. Und wir kennen die Minifiguren, die man hier für 27 Euro mit 108 Teilen kaufen kann. Zu den Preisen kommen wir später nochmal. Highlights werden aber natürlich die Minifiguren sein. Captain Vaughn soll hier enthalten sein. Genauso wie noch drei Trooper der 332. Company. Die Figuren allein werden ja heutzutage schon für 27 Euro gehandelt. So kann man sich das schön rechnen. Was Lego da aber wieder treibt, ist natürlich gut. Jenseits von gut und böse. Das muss man sich bewusst sein. Naja, und viel anderes wird auch nicht bei dem letzten Set passieren. Ich bin so dermaßen gespannt, ob das jetzt wirklich hier Realität wird. Die 75367. Dahinter soll sich ein Sternzerstörer verstecken. Ihr wisst ja wahrscheinlich, der große UCS-Sternzerstörer ist jetzt am Ende des Jahres vom Markt gegangen. Jetzt soll es wohl dann einen Venator-Class-Sternzerstörer geben. Also der Vorgänger des imperialen Sternzerstörers, den man aus The Clone Wars bzw. den ersten Episoden kennt. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge. Wenn das wirklich passiert, in der Größe, ich bin da am ersten Tag da und hole das Teil. 5.374 Einzelteile für 650 Euro. Das sind immerhin 700 Teile ungefähr mehr und ein bisschen weniger als die UVP damals gewesen ist. Also theoretisch wird es zumindest günstiger. Je nachdem, wie das Modell dann tatsächlich umgesetzt wird. Was da dann dabei ist, ob das ein Interieur hat, ja, nein. Das wissen wir leider noch alles nicht. Ich hoffe mal, dass zumindest die Hangar-Funktion und ein bisschen alles an der Brücke oben zu sehen ist. Würde auch Sinn machen, wenn man sich die Minifiguren anguckt. Einerseits ist hier wohl Admiral Yularen enthalten. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Captain bzw. Commander Rex kehrt als Minifigur zurück. Das tut mir so schmerzhaft leid für jeden jungen Star Wars Fan bzw. jeden, der jetzt kein riesen Portemonnaie hat und gerne mit Captain Rex spielen will. Die Figur ist ja schon ein Sammlerstück heutzutage. Und wenn sie in einem 650 Euro Set drin sein wird, wird sie mindestens genauso ein Sammlerstück sein. Also das ist wieder Planung von Lego, wenn das wirklich so kommen sollte, die irgendwo auf einem anderen Planeten stattfindet. Das könnte dann das riesige UCS Set für 2023 im Oktober sein. Also mal abgesehen vom Preis hören sich diese Gerüchte fantastisch an. So gespannt war ich schon lange nicht mehr auf irgendwelche Lego Star Wars Sets. Wenn es so kommt, dann wird es eines der besten Lego Star Wars Jahre bis jetzt. Natürlich auch noch viele andere Sets, dazu werde ich dann auch Videos machen. Hier könnt ihr noch mehr Videos von mir finden. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.